Wir haben uns heute versammelt, um gemeinsam in Fortnite reinzugehen. Das hier ist mein Profil, damit ihr grob einordnen könnt, wie so mein Skill-Level ist. Ich zeige euch kurz mein Outfit. Also ich habe so ein Samurai-Schwert. Und dann habe ich hier noch so ein Männchen auf dem Rücken. Jetzt beginnt es. Nee. Aber ich habe da echt unfassbar gut auf die Füße geschossen. Da, guck mal. Oh! So, nochmal. Was ist das? Ich trotze der Materie. Wow. So, so nimm ich. Und das ist, was ich kann. Okay, da oben drauf ist auf jeden Fall jemand. Ja! Hier wurde auf jeden Fall... Der Schwimm hat sich bewegt. Da springt ein Vogel. Oh nein. Sauverwirrender Vogel. Oh, nee, 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 nee. Okay. Das war aber jetzt jemand anderes. Der kann bauen. Nein! Nein! Du Schwein! Du Kürbiskopf! Aber ich glaube, diese Runde war ein gutes Beispiel dafür, dass ich nicht ganz scheiße bin. Hey! Alter, ich bin ja übelst am Verziehen. Was ist denn hier los? Nee. Es ist Kürbiskopf. Ich habe mich gerecht an Kürbiskopf. Da! Was ist das denn? Kotze! Okay, nee. Oh, scheiße! Oh, Mann! Ich glaube, hinter mir ist noch ein Auto. Der liefert sich ein Rennen. Nein! Das ist ein Kürbiskopf! Die Frage ist immer, was haben wir gelernt von der Runde? Nicht von Häusern springen. Gute Lektion. Okay. Alter, das war so krass. Hm? Ist er getroffen? Doch, getroffen, getroffen. Eiskalt! Glas klar! Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich denke, ich brauche mal kurz eine Denkpause. Wow! Wow! Ich bin einfach runtergefallen mal wieder. Nein, das ist ein Kürbiskopf! Das ist schon wieder ein Kürbiskopf! Ich habe es kommen sehen! Hier ist ja gar nichts. Das ist ja hier wirklich... ...wirklich richtig wüstig. Hm, ist das Wasser? Ich bin Chrom! Oh, was ist das denn? Ich bin eine Pfütze! Die spielt mit mir! Die spielt mit mir! Sie hat mich nicht als ernsten Gegner betrachtet! Was sind die Beine lockern? Macht mit! Oh! Der war auch überfordert, damit ein Chrommensch zu sein. Das sieht so aus, als würde da so jemand lungern. Oh, ein Kampf! Wolf gegen Schwein! Explosionsschleim! Perfekt! Komm, Ziel! Du kannst das, du kannst das! Er will da bauen, er will da bauen! Das ist ein Fehler! Das ist ein Fehler, nämlich! Er denkt... Er denkt, er könnte bauen und sich verstecken, aber in der Zeit... ...tot! Tot einfach! Nein! 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 Das ist sie! Das ist sie! Das ist sie! Hinter mir! Hinter mir! Hinter mir! Hier sind doch überall Leute! Ich pack's nicht! Ich pack's nicht! Ich werde sterben! Na! Na! Verdammt! Ey! Was? Was ist das denn? Also, jetzt habe ich meine Waffe verloren! Perfekt! Was ist los mit mir? Ne! Okay! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Äh, Fallschaden! Ich bin tot! Ich bin natürlich direkt tot! Was eine halbherzige Aktion! Schade, Sahne! Was ist denn das für ein uncooler Spruch gerade von mir gewesen? Oh Gott! Löscht das! Löscht das aus eurem Gedächtnis! Hä? Den juckt's gar nicht! Den juckt's gar nicht! Guck mal! Den juckt's gar nicht! Ein Chromhuhn! Das sieht sauer aus! Ist hier jemand? Ich habe den Überraschungsmoment! Okay, wo kommt der? Wo ist sein Stuff, Mann? Ich habe nicht gesehen, wo er ist. Es ist noch ein Kürbiskopf. Es ist noch ein Kürbiskopf. Er ist der Kürbiskopf und er kann bauen. Das geht nicht! Das geht nicht! So! Kurz! Oh! Oh! Nice! Aha! Nein, nein, nein! Du keck! Du keck! Oh mein Gott! Alter, Junge! Ich bin so... Ich bin so am Abkacken! Nein! Nein! Nein, 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 nein. Ah, perfekt. So. Der schleicht sich an den. Ich schleiche mich an beide. Ein Huhn. Ein Huhn attackiert mich. Ein Huhn hat mich jetzt meine Deckung gekostet. Das ist so dumm. Das ist so dumm, dass ich mich jetzt hier mit einem Huhn rumschlagen muss. Oh mein Gott, ich habe... Ich bin völlig durch den Wind. Ich komme gerade... Ich muss mal erst mal nachdenken. Wer bin ich? Was mache ich hier? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch froh darüber, dass wir eine Krone holen konnten. Abonniert gerne den Kanal, liked, lasst einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.